Fortnite aber so gut wie auf einem HP. Das heißt, sobald ich nur einmal einen Hit kassiere, endet dieses Video. Dazu muss ich mich erstmal so gut wie auf ein HP bringen. Dazu brauche ich erstmal Metz, um mich hochzubauen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht direkt tot bin, wenn ich hier runter springe. Oh mein Gott, genau ein HP! Das ist perfekt! Und so muss ich jetzt die Runde zu Ende spielen. Healing bringt mir logischerweise jetzt gar nichts. Ich brauche jetzt auf jeden Fall guten Stuff. Oh mein Gott, ich habe extrem Angst gerade. Okay, hier fighten zwei. Das ist auch so gut wie in Warnerspie. Nice. Oh, hinter mir. Nice. Spider-Man-Arme, nehme ich. Mann!